Hallo Leute und herzlich willkommen in der nächsten Folge von Niko of Star Wars heute Saga Episode 3 Level 5 und äh ja das ist ein Raumschiff hier fliegen wir in der Kurshand das war schon Obi-Wan und Yoda die ganz schön erfahren haben, dass es keine jene mehr gibt aber da gibt es ja doch noch welche allerdings die Verständler sind vielleicht praktisch Klone die wir steckten haben, äh verfettet damals aber ne, die sind ja auch so aufzufallen wenn man so durch nur Probleme dann kommen wir auch hier und dann das ist ja nicht die Tappel rein ok kommen wir mal rein hier und dann werden wir von den nächsten Lohne Lohne und jo da muss man selber behauen hier an so ist auch immer ganz cool gemacht so da ist noch ein Ball da Okay, Yura! So, dann das dann. Das dann aktivieren. Dann machen wir weiter hier. Hier war es die Tore. Und dort. Nee, gut. Geht ja echt komparend auf uns. Das ist das Problem. Sehr gut. So, dann machen wir hier so. Hallo, hallo. So, dann machen wir hier ein bisschen was machen. So, dann werden wir hier. Das ist die Tore hier. So, die sind hier wieder weg. Genau. So lange brauchen wir noch mal verkacken. Oh ja, das ist ja gar nicht hier. Ah, verdammt. Geht ihr? Das kann mir ganz schön nerven. Ach, komm ich verliess mich so. Wir müssen zurückziehen. Okay. Ah, verdammt. Oh shit. Yep, es ist ne. Okay. So, wir haben auch hier fertig. Die Leitung ist aktiviert. Noch den hier machen. Ist jetzt auch nicht so einfach. So. Ich muss mich ganz schön überlegen, wie man sich das anstellt. Boah. Auch geschafft. Und sehr gut. So. 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 Bis zum nächsten Mal.